Jo Leute und wir kommen wieder zurück zu Spark's Challenge. Immer noch mit dem Dummflash. Warum bleib ich immer noch mit dem Dummflash eigentlich jedes Mal? Ich hab keine Ahnung. Weil du mich gern beleidigst. Ja, merk ich schon. Ach komm, das Fleisch reicht. Und zack zack. Sparkle hat wieder richtig viel Fleisch. Komm, du sollst da nicht draus sitzen. Komm mit Kätzchen. Weiter geht's. Ipai. Yippieyayesch, meine Backe. Yippieyayesch, meine Backe. Ich glaub, meine ganzen Sound haben sich verruckelt. Wie verruckelt? Ja, ich muss glaube ich mal... Irgendwie meine Sounds, ich weiß auch nicht. Du bist auch komisch, ich weiß. Ja, meine Sounds haben sich gerade irgendwie verbuggt. Und du bist trotzdem komisch. Muss ich hier mal gucken. Warum? Ja, mach doch. Dauert eben. Dauert nachher. Machen wir gleich nach der Folge. Wie immer, ne? Japp. Japp, 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 japp. So. Ja, hier war ich im Dorf. Dann kannst du nur aber warte zurückrennen. Ja, 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 ja. So, das nehme ich heute an das Essen. Na gut, die Melonen könnte ich anbauen. So, dann machen wir mal wieder an. Die Cordis. Ja, das Problem ist, ich habe jetzt keine Monster oder so. Das heißt, ich muss früh genug immer schlafen gehen. Oh. Komisch. Ich weiß nicht, warum das schon wieder rumspackt. Warum du rumspackst? Darum. Nö, nö, nö. Oh nein, so meine Sonnenblube kaputt. Oh. Ach, da bitte ich kratze. He, he, he. He. Der Flash hat einen Schaden, Sarah. He. Gute Nacht. Weiß nicht, war Flash. Das war ich. Flash bin ich immer nicht schuld. Das bin ich gewesen. Flash brauche ich nicht schuld immer. Nicht ich. Schwein. Gehst du bitte da runter? Ich habe nicht dir erlaubt, da hinzugehen, so. Ach ja. Kann ich die Angel jetzt nochmal verzaubern? Ne, war ja klar. Ah, 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 ah. Aber ich brauche es ja nicht mehr mit der Angel. Ich habe es ja schon, so. Nö, he, he. Schärfe 1, ach, Schärfe 2, ein Rückstoß 1, sehr gut. Ist okay. Und ein Rückstoß 2. Ein Rückstoß. So, ich wollte doch noch eine Diamantspitze machen. Ne, die kann ich ja so verbrauchen da unten. Wolltest du den Finger in den Po stecken? Aber noch einen Diamantschachen. Schwertchen. Ein Schwertchen. Ein Schwertchen? Ich kann mal irgendwie die Aufnahme gucken, ob das jetzt wieder funktioniert. Irgendwas spinnt hier wieder. Ja, so wie du. Ne, 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 ne. Also Fleischchen angucken dich die Hunde ganz dumm an. So die Leute, so treu lieb. Oh, wir wollen auch was. Gibt es nicht. Welchen Land sind wir denn hier? Dass ihr das kriegt. Ein Flashland. So, wieder ein paar Katochkis hier verbrennen. Im Flachland. Boah, halt doch wieder diese Witze, ne. Immer diese schlechten Witze von dir. Magst du doch? Auf jeden Fall nicht. Doch. So. Autsch. Autsch, das tut weh. Und ein Steak Kartoffeln verbrennen. Katochka. Katochkis. Ich hab immer richtig viel Fressen wieder mit. Ich bin gleich zu Hause. Von Level 0 auf Level 8. Nur mit Fleisch. Das Essen. Das kommt hier rein. Das kommt hier rein. Ich erkenne erst schon wieder mein Gebiet. Und wenn wir nur noch rüberklettern und dann bin ich zu Hause. Ein Bett hab ich mit. Achso, ich wollte ja den, ja, den Sattel mitnehmen. Du willst ja auch den Finger in den Po stecken. Du stehst da drauf, ne? Ne. Merke ich richtig. Ne, ne. Oh, doch. Oh, ne. Ne, 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 ne. Du machst immer diese, du machst immer die geilen sexistischen Sprüche auf mich. Ne. Du willst es doch nur. Meinen nicht. Du willst mich. Autsch. Du willst mich doch. So, wo war jetzt die... So, ich bin zu Hause. Uh. Mich wundert, dass ich deinen Sound höre. Aber den Sound von meinem Kopf wieder nicht. Hätzchen. Gummau. Ach, da kommst du. Komm her. Komm, komm. Gummisch, gummisch, gummisch. Mach Platz. Du. Du, 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 du. Wehrt euch doch nicht, ihr Tiere. Ich laufe einfach mal in die Richtung. Ich glaube, ich gehe mal schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht, und wieder aus dem Bett gefallen. Das ist doch nichts Neues bei dir. Warum nehme ich jetzt eine Eisenhake mit? Warum? Erklär mir mal den Grund gerade. Ich weiß es nicht. Ich hätte mal lieber einen Stack Kumpelstor mitnehmen sollen. Vielleicht, weil du bescheid bist? Ach, ja. Ich weiß gar nicht, wo ich die Pferde gelassen habe. Pferde, oh Pferde. Na, 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 na. Schweine, oh Schweine. Ein bisschen Schweine. Haben keine Beine. Ich habe jetzt nämlich Angst, dass jetzt dein Sound nicht mit aufgenommen wird. Weil es irgendwie ruhig spackt. Dann spreche ich sozusagen mit mir selber. Ja. Das aber auch nix mehr ist. Passiert halt manchmal, ne? Ja. Ja, und dass du selbst gesprügelt führst, ist nochmal. Na, ich spreche mal jeden Morgen mit meinem eigenen Spiegelbild. Ich sage immer, wer ist der geile Typ da im Spiegel? Wer ist der hesslige da im Spiegel? Der hesslige. Du bist der hesslige Bube. Nö. Boah, geil, schon mal Schweine. Erstmal Zuckerrohr ernten. Schweine. Box, 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 box. Einmal ringsherum renn, erstmal. Komm, kein Zuckerrohr zu bauen. Ja, für was brauchst du das noch? Box, box. Ich will ein paar mehr Bücher stehen haben. Ein paar Bücherregale. Dann geh doch einfach Villagerdörfer suchen und mach das. auch da, die Bücher abklopfen. Ja, ich habe nur in einem bis jetzt was gehabt. In meinen Büchern. Ich glaube, in vier von den fünf habe ich auf jeden Fall welche gehabt. Aber die habe ich nicht mitgenommen. Es reichen 15 Bücher. Ach, ich will, dass das so immer so mal immer macht. Ich bin Centus. Ich möchte, dass es auch ordentlich aussieht. Exquisite Note. Du bekannst mich mal, ey. Contenorngs will ich bei meinem Dorf. Contenorngs. Du stinkst. Nee, nee, nee. Contenorngs. Contenorngs. Nach Côtenorngs. Was? Koks und Nunn? Côtenorngs. Contenorngs. Contenorngs. Schokolade. Hauptsache, die Schweine sterben hier. Hauptsache, ich kann nur leveln. Hauptsache, du stirbst. Ja, euch nicht. Doch. wo kommen die ganzen tiere immer her was dein kopf legt da reingesteckt hätte mal ruhig schärfe viel sein müssen oder fünf die schönen dreck ballern so batz ja ne einem schlacht tot und nicht rückstoß kack rückstoß unnötigstes auf dem schwert muss ich mir aber gar nicht leid ich weiß aber irgendjemand ist im flur ich will nicht wissen wer seine freundin will ich nicht hoffen nein ich glaube nicht dass sie heute kommt ich weiß nichts davon vielleicht ist die überraschung hey schatz da bin ich das macht ihn nicht was machst du denn hier ich kann das nicht ab hey wo hast du ein skelett hallo hey verreckt du doch warum hast du skelette warum hast du nicht geschlafen hast du dein bett vergessen doch habe ich aber das stand unter dem baum eben das vieh oh das stand unter dem baum das wollte dir eine liebeserklärung vielleicht machen von dir nein das wollte dir eine liebeserklärung machen und so oh ja du hast du hast du hast geschickt so meine ich das naja für dich der wollte zwischen uns den armoffall verbreiten warum hat er dich angeschossen ja für mich auch bohr geil überall centos überall centos überall diese ganzen schweine der will ein steck schweinefleisch tue mich auch echt ja ja es wird dunkel aber noch ein paar schweine hauen vielleicht braucht essen vielleicht braucht auch die fresse ja obwohl er genug hat mein haus sieht echt komisch aus echt welches haus der hat den ich hier gebaut habe größte dich da standen nur noch unter schlupf für ein ofen zwei kisten und ein bett und erstmal runterschlafen gehen und nur noch sechs minuten ein bisschen weniger aber diesmal haben wir nicht so viele probleme damit Nöö know Wie viele schweine noch ey unglaublich O理icht noch Fleisch U banned Ich hab schon wieder ans Denkt Mannes Fleisch Kann ich wieder gleich losgehen Ich wollte eigentlich auch Pferde suchen gehen aber Nö wenn ich hier schon Centos finde Na wenn ich noch Schweine finde dann muss ich die auf hin shootings An Burg War der nicht gut der wird so Älter Ohne Witz Wie viele Herren Schweine sind denn noch hier? Was sind das für ne Spawn-Rad hier überall? Du machst immer schlechte Witze Ne Doch Was für Schweinereien sind das denn hier? Boah Aber es ist nicht mehr normal Was ist hier schon normal in Minecraft? Wie ist das denn zu hoch gekommen? Hallo Schwein? Alter ist das immer über den Baum geflüchtet Nur weil du nicht sterben willst, komm her! Spinnst doch hier Lammel das ein Hm Komm wie ist denn Ja da 30, okay 1,5, 6 Läuft 5 4,5 10 Das ist komische Bion Ah da sind Kühe Äh 8 16 28 Bereits die 32 Bücher Bücher habe ich da stehen Oh Bücherregale Brauchst du aber nicht Aber das habe ich aber gemacht Das habe ich jetzt auch erledigt In Folge 32 Ja Könnte bei dir so sein Ja ist wirklich so Sag ich ja nicht, dass es ja nicht stimmt Könnte so sein, ja Bei dir stimmt das Spinnst das stimmt nicht Che 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 Schokolade Schokolade Ich habe gerade hier einen braunen Pilz Oh braunen Pilze Nice Für den Trank Ich glaube ich gehe gleich erstmal weiter graben unten Oh was brauchst du denn jetzt schon wieder? Erfahrungspünktchen? Ja Ich bin jetzt gerade am überlegen Ob ich jetzt versuche hier Zu warten bis hier mal Ein paar Schleimbälle gespawren So Slimes Weil wenn ich die aus der Nase hole zählen die nicht Bäh Ja bist du ekelhaft echt Die Slimes aus der Nase die zählen ja nicht Die kannst du nicht so auf dem Bildschirm drücken So bäh Naja Die paar Minuten die wir noch haben die angele ich mal noch ein bisschen Achso hast du immer noch nicht den Clownfish? Nö Fehlt mir noch Wie viel Erfahrungspunkt hast du? 16 Ja mach doch auf ne Angel einfach drauf Versuch's doch einfach Ich hab doch eigentlich schon verzaubert Achso Was gab's? Haltbarkeit? Ich glaub ja Ich glaub das war Haltbarkeit Ah schlecht Ich hab halt kein Glück Nee Weiß ich irgendwie schon mal irgendwo her Sag ja nur Hearthstone Na wie kommst du da rauf? Keine Ahnung weiß ich nicht Aber nur beim Basic Hm? Nur beim Basic hast du die Aschkarten immer gezogen Mittlerweile Ja ne? Diese komischen zusammengestellten Pics Das ist unglaublich Ja ne? Unglaublich immer diese komischen Leute Besonders schön wenn du deine Geheimniskarten hast Ja auf jeden Fall Lieb ich wie die Pest Obwohl Mit meinem Priester hab ich dich auch ohne in die Geheimniskarten platt gemacht Hast du mich mit dem Priester geschlagen? Hm? Sicher? Ja mit dem Schurken auch Mit dem Schurken das weiß ich Ich sag wenn ich die guten Kombikarten hab dann ist das kein Problem Ja aber Elvie nehm ich diese drei Decks am liebsten Ja weil du die selber persönlich zusammengestellt hast Ja auch wo ich nicht zusammengestellt hatte, bin ich gut klargekommen mit denen Ja die anderen sind so meist auf Damage getrimmt Hm? Ich weiß nicht Ja und deins ist ja auf Blocken getrimmt Ja auf Blocken und das andere sind fast auf Magic Karten 15 Stück hab ich jetzt in einem Pack gehabt Hm? Das Droiden Pack ist wirklich nur reine Magie Hab ich gemerkt Ich sag wenn ich eine Kombikarte, wenn die Kombikarte dabei ist dann ist Ende Gelände Oh da hinten landen die Chunks nicht Da hinten landen die Chunks nicht Digimon Da hinten landen die Chunks nicht Geil Oh, one minute now Kannst nach unten gucken? Nee ich kann nur zu weit hin gucken Ich hab ne Angel geangelt Haltbarkeit 3 Glück des Meeres 3 Fett What the fuck? Glück des Meeres? Was ist das denn? Ja da kriegst du also mehr Glück Fische zu bekommen Oder Bücher Du Scheiße Und dann noch 3 Alter das ist doch voll gecheatet Hm Ich seh da eben ne Angel angeflogen kommt und dann auch noch verzaubert Ja das ist die Die musst du jetzt benutzen Da kannst du mit alle Fische kriegen Da kannst du auch Zauber Haltbarkeit 1 war auf meine normale Ja guck mal Da hast du jetzt Glück gehabt Ein Kugelfisch Da hast du Glück gehabt voll Ja Ja Dann kann ich erstmal noch angeln Dann müsste ich schneller den kleinen Fisch kriegen Ja Da kriegst du jetzt Zauberbücher Du kriegst da weniger Schrott von Hm Das ist natürlich nicely nicely Aber Folge ist gleich zu Ende Ja Und zwar Jetzt Jo Hier ist die Folge zu Ende und bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020